Die werden einfach Koks und Nutten ausgeben. Koks und Nutten? Das ist ja ein richtiger Start hier. Wo sind die Koks und wo ist der Nutte? Der, das Koks, der Nutte? Die Koks und das und der Nutte. Das musst du überhaupt machen. Ja, absolut, keine Ahnung. Sollen wir das mal abgeben oder was? Wir könnten das abgeben anscheinend. Wir haben zwei zum Abgeben. Wir können auch Runde zwei machen. Ja, nee. Nicht? Ja, jetzt noch nicht. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Und nach Schottland würde ich halt auch gerne mal. Laufnäs suchen. Auch. Also ich würde da einmal gerne an diesen See. Einmal. Dann musst du dir ein U-Boot mieten und dann findest du ein Nessie. Jo, was geht, Bitch? Und dann ist sie da wirklich. Ja, und dann kommst du nicht mehr hoch. Und sterbe. Ja, das kann auch passieren. Was ist denn eigentlich mit diesem Minentor-Schlüssel? Was ist das für eine Mission? Was habe ich getan? Achso. Was ist dieses Artefakt, was wir bekommen haben? Ich habe drauf wirklich noch einmal was weg. Ich habe kein Artefakt. Wir haben gerade durch eine Mission irgendwas bekommen. Ja. Ist ja toll gemacht. Wie, was habe ich toll gemacht? Ja. Jetzt ist es weg. Ich weiß gar nicht, was das war. Ich habe nichts gesehen. Guck doch mal in den Inventar. Brand-Artefakt. Achso. Ja. Was ist das? Das ist, wenn du auf deine Fähigkeiten gehst, hast du das jetzt da drin. Wenn du dein Vögelchen da benutzt, müsste jetzt irgendwas passieren. Feuer. Ah, okay, cool. Ich brenne jetzt, wenn ich in den Facewalk gehe. Ah, ja. Was willst du, du Arsch? Da brennt er. Der fliegende Vogel. So. Dann ist das schon wieder weg. Äh, und du? Ja. Äh, hier haben wir nur... Was ist denn eigentlich die Hauptmission? Alter. Gibt es die Hauptmission? Ich denke mal, Sledge zum Safehouse, ne? Ja, nehme ich auch mal an. Sollen wir dann erstmal das mit den Schockkristallen machen? Können wir machen. Oh, we can do that. Ne, aber Schockkristall ist von der Umgebung her relativ schön. Na toll. Ja, ja, so ist das. Aber dass man da nur 40 Minuten hinfliegt. Ja, du fliegst auch nach England nicht lange. Ja, aber eigentlich mit 40 Minuten... Nein, 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 zurück, 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 zurück. Zurück, 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 zurück. Weil du zurück musst. Ach, ja, okay. Ach, diese Kanone ist richtig scheiße, ne? Findest du? Ja. Jetzt gerne Maschinengewehr. Ja. Ja, irgendwas, was Schaden macht, sehr toll. Ja, so, ja, gut. So. Wie geht's mit dem Money? So, weder Spielstütze zu haben. Aber ich würde halt ganz gerne meinen, sehr viele Länder, ich würde auch gerne mal nach Norwegen. Ich würde gerne mal nach China. Echt? Ja. Mal nach Japan, oder so. Iiiiih, was sind das so für Fiecher? Moment, was können wir hier machen? Ach, ich kann ja nicht, ich dachte, schade. Hast du so ein Speicherding? Iiiiih. Iiiih. 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 Ich hasse solche Fiecher. Iiiih. Ich hasse solche Fiecher. Uah. Hm. Ja, die nehmen mir echt weh, die Schaden. Was ist denn los? Ich glaub, die sind zu stark, oder wie zu zweit spielen, oder so? Dann hab ich mir mal Antidolf von dir angeguckt, ne? Ja. Äh. Äh. Das war, ich weiß gar nicht, welche Folge. Da war so ein komischer Professor und da war so eine Spin auf dem Schreibtisch. Mhm. Du magst keine Spinnen, oder? Na, nicht so wirklich. Ah, die sieht auch ein bisschen eklig aus. Ich mein, mit den Haaren und so dran. Ich mag doch keine. Da wegt die sich schon und es gibt auch irgendwas, da läuft über eine Kamera eine Spinne. Ist auch ein bisschen eklig. Ha, nächstes Level. Alter, was ist denn mit den Viechern los? Tote Viecher sind gute Viecher. Gott, hier gibt noch eins. Ja, aber die sterben ja irgendwie nicht. Wir haben schon voll wieder getötet, ey. Ja, aber... Boah, liegt das? Wir so wenig Schaden machen. Ja, die sind scheiße. Haha. Würde ich jetzt behaupten. Oh, das ist ja meins. Ja, nimmst die einfach mal. Das ist in Ordnung. Hättest du ja wenigstens mal fragen können. Ich weiß, dass deins besser ist. Was ist denn das überhaupt? Habt hier so ein, so ein, äh, Klebeding da. Also für Granaten oder so. Weißt du. Hast du nämlich auch schon einfach eins genommen? Ich hab's befragt. Ne. Nicht. Was ist das? Irgendwas müssen wir hier nehmen, aber... Das ist doch wahrscheinlich. Das erleuchtet auf jeden Fall hell. Das kann gut sein. Ich mach meine eigene Schockestermine auf. Geil. Womit. Okay. Der Schleim ist leer. So. Hi, davon sind noch mehr von den Viechern. Hier sind überall welche. Oh, guck mal. Hier sind ganz normales Gags. Die sind sehr sympathisch. Ah. Ich weiß nicht, ob das wirklich Schaden macht, dieser... Feuerball. Ich hab irgendwie keine Ahnung, ob ich überhaupt... Ich hab wegen sowas gefühlt. Ich mach mit gar nichts mehr Schaden. Also nee, wir haben auch nicht so die... Vor allem so eine Skacks, die sollten wir ja wohl mal irgendwie... Easy peasy kaputt hauen. Oh Gott. Oh Gott. Das ist echter Multiplayer League? Ich glaub, die sind stärker auf jeden Fall. Die halten ja aus. Ey, tschüss, Bro. Was soll ich machen? Auf die schießen oder so? Oh, verdammt. Ich bin tot. Hättest du das Viehmann nicht getötet. Ich hab... Ich hab doch keinen Einfluss auf das blöde Feuer. Ja, hättest du den mal nur angeschwächt, dann hätte ich ihn töten können. Ja, so viel Schaden mach ich nicht. Ja, dann musst du das mal endlich machen. Hättest du ja auch nicht sterben müssen. Ja, doch. Ja, dann weißt du, immer anderes will seinen Tod beantwortlich machen, ne? Ja. Das hab ich ja gerne. Ähm. Ach, ich hab auch so ne komische Granate wie du. Ist ja toll. Glaub ich. Ich mach einfach absolut nichts Schaden. Alter. Warum sind die eigentlich immer alle bei dir? Das wundert dich. Du bist ein komischer Typ mit Ledermaske. Ja, und? Das ist kein Grund. Oh Gott. Burning man, burning. Ich hab richtig viel Erfahrung. Wir haben 900 Erfahrung oder so. Oh Gott. 855. Da liegt Geld. Und irgendwelche Munitionen, aber nicht für mich. Wollen wir vielleicht den einen hier noch töten, der in der Wand hängt? Töten. Töten. Ja. Komm mal her. Ja, jetzt. Lauf mal auf hier wieder. Hast du ja geschafft. So, alles gut. Oh, da ist was weggeflogen. Hä, hahaha. Oh, was ist das? Was ist das? So. Hier ist nochmal so ein Häufchen. Was ist das? Was ist das ein Shotgun? Was ist das denn? Das können wir uns mal sagen? Ja, nachrichten nehmen die mal. Macht sowieso nicht schade. Irgendwie in dem Spiel macht nicht schaden. Was macht man das? Also, die kommen. Aber ich glaube, ein Teil liegt echt daran, dass wir jetzt zu zweit spielen. Ja, aber... Aber das Sniper, was wir gerade bekommen haben, das war absolut keinen Schaden. Echt nicht? Also jetzt schlechter als das, was ich irgendwo mal im Dreck gefunden habe. Ja, vielleicht sind die Dreckswaffen eigentlich ganz gut. Okay, kritische Treffer machst du auf jeden Fall. Wo denn? Wenn die sich so aufbäumen. Also unten, an der unteren Seite. Ich habe gestern bei Guest of War, da hatte ich so einen Bosskampf. Da musste ich auch so ein Vieh töten. Das musste ich dann immer am Säckle treffen und dann in den Mund schießen. Das ist ja mal schön gekrault und dann... Ja, so in etwa. Aber das Spiel ist echt gut, macht schon Spaß. Boah, ich hoffe, man kriegt auch noch mal irgendwo eine richtig gute Waffe. Ja, am Ende. Wenn das Spiel zu Ende ist. Boah, ey, guck mal, kritischer... Oh Gott. Hi. Kritischer Treffer. Ein Schuss, tot. So muss der Shit laufen. Geil, ich bin der Sniper mit der Shotgun. Kriegst du ihn? Ja. Das war eine Shotgun. Ja. Wir verprögeleuchten Falle. Ja, drei Stück. Woo. Jetzt müssen wir uns auch noch eine Munition teilen, ey. Das kann ja Spaß werden. So abwertend bin ich, bitten darf. So. Ich meine, selbst die können wir nicht einfach so kaputt machen. Nein. Müssen wir schon ein paar Mal draufhauen. Oh, hier oben, hier oben ist eine Kiste. Oh. Was ist drin? Eine Granate für mich. Da ist eine Waffe drin. Macht siebenmal 27 Schaden. Aber die ist schlechter als die, die ich habe anscheinend. Da ist eine SMG drin. Scheiße. Ist das auch eine Shotgun? Ich ziehe, ich habe schon die ganze Zeit eine Shotgun. Ne, was ich jetzt gerade genommen habe. Ja, ja. Die da oben ist auch eine Shotgun. Was habe ich denn überhaupt? Wo sind meine Waffen, die ich trage, ey? 14 mal 4. Das ist die 57. 28 mal 9. Ja, das ist natürlich besser. Ist klar. Boah, das ist ein Sniper Shotgun. Ein Sniper Shotgun ist auch nicht schlecht. Knaller, der Säuresgag. Kriegen wir das? Kriegen wir das? Aha. Oh Gott. Hiiii. Okay, Alpha, Alpha Kack ist, ist tot. Weil er ist kacke. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hör auf. Böse. Oh nein. Warte. Ich konnte leider nicht warten. Ich musste töten. Ne, ich hab ihn ja getötet. Sicher? Ich hab ihn auch getötet. Gut. Nein, was ist denn hier los? Die ganze Zeit, diese Drecksköter, ey, weißt du? Und dann spucken die mich auch noch an. Was soll denn das für ein Scheiß? Was ist denn der für einer? Wow, das war... Puh, awesome. Ich hab ja richtig viel gebracht. Aua, ich bin von hinten angegriffen. Ich bin down, down, down. Warte, ich lock dir hin. Naja, ich mach den einen hier kaputt. Alter, jetzt hör mal auf, mich anzuspringen. Alter, warum greift der mich an? Wo ist der andere? Hier war noch ein anderer Skag. Hä? Ich bin verwirrt. What the fuck? Ich bin einfach nur noch tot. Ne, vielleicht... Oh Gott, ich bin auch tot. Oh Gott, ich hab keine Muni mehr für die Waffe. Das ist natürlich ärgerlich. Egal, ich mach die... Hier. Jetzt noch eine Kiste. Yes. Alter. Ich finde das ja ein bisschen unrealistisch. Oh, ich hab keine... Ich meine überhaupt nicht aufzusparen. Irgendwie nicht so. Guck mal, die... Okay, du bist ja schon wieder da. Puh. Alter, ist ja gut jetzt. What the fuck, ey. Alter, was ist hier? Ja, ist... Alter, wollt ihr mich verarschen? Was ist denn hier los? Voll der Friedhof hier. Guck mal, was hier alles liegt, ey. So, erstmal hier sondieren. So, erstmal die Medi-Kids. Alter, nö. Wo ist denn der? Oh Gott, hier ist noch so ein Skeg. Oh, nee. In der Luft... In der Luft... Oh Gott, da kommt noch so ein Säure-Homo, ey. Aber mein Vogel ist im Schwestern von denen, umgebracht. Ja. Ich treffe hier gerade gar nichts. Jetzt lade ich nach. Du lade nach. Alles gut. Wir haben Zeit. Alter. Ohne Spaß. Was ist denn los mit denen? Ein Koks, oder was? Das ist ja unglaublich, ey. Was da alles an Scheiße kommt. Ich bin schon wieder da und das kann doch nicht sein. Naja. Alter, was... Ich glaube, mit der Tatsache müssen wir uns abfinden. Was ist denn hier los? Zum Glück bin ich hier wieder. Alter. Stirb. Next Level erreicht, Junge. Ich hätte irgendwie lieber welche, die Schaden machen, muss ich sagen. Was? Waffen? Auch. Aber auch Granaten. Wo ist sie das? Ja. Boah! Ich glaube nicht, dass es das schon war. Wo war denn das? Hier. Habe ich mal den ganzen Glitzer an den Sachen. So. SMG-Muni, die brauchst du ja, glaube ich, noch nicht. Was ist das hier? Ach, Transfusion. Okay, das hast du ja auch, ne? Ja, genau, das sogar. Ja, habe ich nämlich auch. Brauche ich alles nicht, brauche ich alles nicht. Hier ist was mit Schaden für Granaten. Ja. Static Rifle, Shotgun. Wenigstens haben die auch ein bisschen Muni getroppt, ey. Ja, aber leider auch nicht so viel. Was ist hier noch? Ne Waffe? Ne Rifle. So ein Kristall. Ja. Hier ist noch ein Schild, ne? Ja, ja, äh, echt? Ja, Kapazität 149. Moment. Brauchst du es nicht? Ich habe eins, was ich... Was hat denn das noch? Nicht. Na der Geschwindigkeit? Na der Geschwindigkeit ist, glaube ich, 22. Ich habe eins mit 271, kann ich aber erst auf Level 22 tragen. Dann würde ich das nehmen, wenn du es nicht möchtest. Ja, nimm. Alter, was ist hier noch alles passiert? Hier, liegt mal eins, wenn du vielleicht... Wenn es brauchst. Ey, hier oben ist übrigens auch noch eine Kiste. Warte mal, da wird es... Na, wobei, warte mal. So. Äh, welches trage ich denn momentan? Wie sehe ich denn das? Äh, I und dann rechts. Hier, das trage ich. Oh, Raketenwerfer! Meiner. Schon gesagt, dass ich einen brauche. Oh, krass. Ich würde den aber auch gerne haben. Ja. Boah. Und du? Na, nimm. Ich darf die nächste geile Waffe haben. Hm. Ey, jetzt fängt das schon wieder... Oh, wenn die jetzt besser ist. Verdammt. Ja gut, damit muss man immer. Uh. Oh, hier, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Hier, Sniper. Echt? Ich weiß nicht, ob die gut ist. Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, was du für eine hast, aber... Warte, ich hole mir mal ihm den Raketenwerfer dann. Ja. Okay. Aber du bist ja so ein Sniperboy. Bitte sei besser. Er macht auf jeden Fall mehr Schaden. Ja, das ist doch schon mal nicht schlecht. Ziegenauigkeit ist aber ein bisschen schlechter. Er musst du halt einfach besser zählen, er läuft schon. Ja, das ist doch schon mal. Ja, das ist doch eigentlich感謝ier.